Heute ist Waschtag bei den Enten. Ich denke, das haben sie frisch eingelassen. Ach so meinst du? Ja, aber hier ist noch ein bisschen Wasser. Hast du das Video gemacht? Ja. Aber das läuft ja immer noch. Ja. Evi, da klappert doch jemand drin. Waschtag bei den Enten. Dass es nicht zu kalt ist im Wasser. Ja.